Also ich bin Jana Eichler und ich bin Friseurunternehmerin, habe zwei Geschäfte. Das eine ist in einer ganz kleinen Stadt namens Belis, das andere ist in der großen Metropole Berlin, das heißt also zwei konträre Faschur und in der Großstadt sind die Menschen noch offener für diese Philosophie, für die Dinge, die dahinter stecken, wie in der Kleinstadt, aber haben sie einmal begriffen, dann wollen sie auch gar nichts anderes mehr, dann sind sie unheimlich treu und dankbar dafür. Die Nachhaltigkeit ist für mich als Friseurunternehmerin das Tolle und natürlich auch das, was die Kunde mit nach Hause nimmt. Sie hat eine bessere Haltbarkeit ihrer Haarfarbe, sie hat eine optimalere Schnittvorbereitung, weil ich das Haar ganz, ganz anders präparieren kann, beziehungsweise den Schnitt ganz einfach durch das freie Haar leben lassen kann. Es ist lebendig, es ist echt, es ist natürlich, locker und das ist das, was ich liebe. Und es ist echt und das ist das, was mich als Unternehmer daran fasziniert. Alles, was mir versprochen wurde, wurde eingehalten und das finde ich ebenso besonders an der Produktlinie, weil ich als Friseur so eine tolle Basis bekomme, um eben auch Nachhaltigkeit für den Kunden zu schaffen, in Form des Haarschnittes und auch der Haarfarbe. Das ist eigentlich das Besondere für mich an OLS. Das ist eigentlich das Besondere 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 an OLS.